Der US-Elektroauto-Hersteller Tesla startet in Kürze die Auslieferung des Model Y in Deutschland. Das Unternehmen präsentierte dazu in Berlin die ersten aus China für den hiesigen Markt importierten SUV-Modelle. Ursprünglich sollte das Model Y für den europäischen Markt in der neuen Gigafactory im brandenburgischen Grünheide produziert werden. Doch der für Juli 2021 geplante Produktionsbeginn dürfte sich noch um einige Monate verzögern. Tesla hatte den China-Import im Juli angekündigt. Vorerst sollen die deutschen Kunden nur die Long-Range-Version mit Allradantrieb erhalten. Das einfachste Modell lässt sich derzeit für knapp 58.000 Euro vor Abzug der staatlichen Kaufprämie konfigurieren und bestellen. Tesla gibt für die Version eine Reichweite von 507 Kilometern bei einer Höchstgeschwindigkeit von 217 kmh an. Der 2-tonnen-schwere Wagen beschleunigt in 5 Sekunden von 0 auf 100. Die maximale Ladeleistung liegt derzeit bei 270 Kilowatt. Die ersten Model Y für den deutschen Markt sind in verschiedenen Showrooms zu sehen. Die ersten Kunden sollen die Fahrzeuge gegen Ende August erhalten.